Im Botanischen Garten wächst er, der Münchner Goldhahnenfuß. Er soll der Butterblume zum Verwechseln ähnlich sehen, gleichzeitig aber komplett anders sein. Botaniker Andreas Fleischmann findet ihn sofort. Hier haben wir den Münchner Goldhahnenfuß. Und im Vergleich zum scharfen Hahnenfuß, auch Butterblume genannt, der diese vollständig ausgebildeten Blüten hat, hat der Goldhahnenfuß häufig Blüten, bei denen die Blütenblätter dann so unvollständig ausgebildet sind. Das ist aber völlig normal, das ist also keine beschädigte Blüte, sondern die sehen bei diesem Goldhahnenfuß häufig so aus. Fast alle Münchner Goldhahnenfüße sind ein bisschen zerrupft. Die unvollständigen Blüten hat die Pflanze aber nicht zufällig. Sie sind typisch und ein Hinweis auf eine Besonderheit. Normalerweise bilden Pflanzen Blüten aus als Schauorgan, um Insekten für die Bestäubung anzulocken. Diese Pflanze muss keine Insekten anlocken, deswegen hat sie diese zerfledderten Blüten, weil sie eine andere Art der Fortpflanzung gefunden hat. Meistens produzieren Pflanzen schöne Blüten mit Pollen. Die sind Transportbehälter für die männlichen Erbinformationen. Bringt zum Beispiel ein Insekt Pollen von einer roten Pflanze auf eine blaue, dann rutschen die männlichen Keimzellen zur Eizelle. Sie verschmelzen mit den Weiblichen zu einem neuen Individuum. Daraus wächst eine lila Pflanze. Das passiert bei der sexuellen Fortpflanzung. Der Goldhahnenfuß hat keine schönen Blüten. Seine Pollen sind leer, denn er vermehrt sich ohne Sexualität. Die Eizelle teilt sich, dann verdoppelt sie ihre eigenen Erbinformationen und verschmilzt schließlich mit sich selbst zu einem Klon einer identischen Pflanze. Der Same, der fällt dann einfach auf den Boden der Mutterpflanze quasi vor die Füße. Und so entstehen mittlerweile diese großen Pulks von genetisch identischen Individuen, die alle gleich aussehen, die Klone der Mutterpflanze sind. Andere Pflanzen machen das auch, Löwenzahn zum Beispiel. Der Vorteil, wenn es in einem verregneten Frühjahr kalt ist und keine Insekten unterwegs sind, können sich die Blumen trotzdem fortpflanzen. Aber es gibt auch einen Nachteil. Man kann nicht auf verändernde Umweltbedingungen reagieren. Wenn es trockener wird, wenn sich der Lebensraum hier ändert, können Pflanzen, die Sexualität haben, ihre Gene austauschen, sich besser an solche Umweltbedingungen anpassen. Pflanzen, die keine Sexualität haben, kommen entweder mit klar oder sie verschwinden wieder von diesen Standorten. Manchmal gibt es zufällige Mutationen. Dadurch bilden sich neue Arten von Münchner Goldhahnenfüßen. Drei wachsen im botanischen Garten. Als Laie kann man sie nicht auseinanderhalten. Die Blüten sind fast gleich zerfleddert und die Unterschiede in den Blättern zu winzig. Selbst Experten nehmen dann das Mikroskop zu Hilfe. Sie suchen zum Beispiel nach bestimmten Merkmalen an den Blüten. Und nach Unterschieden in den Blättern. Aber auch das ist extrem kompliziert. Denn jedes Blatt verändert sich pro Goldhahnenfuß-Art ganz spezifisch im Laufe seines Lebens. Es gibt aber eine Münchner Goldhahnenfuß-Art, die auch Laien identifizieren könnten. Der gleichblättrige Goldhahnenfuß. Alle Blätter sind identisch. Er wuchs im Hofgarten bis in die 1950er-Jahre. Seitdem gilt er als verschollen. Vielleicht ist er sogar ausgestorben. Es ist natürlich immer traurig. Wir verlieren auf unserem Planeten ständig Artenvielfalt. Und das ist besonders schade, wenn es solche kleinräumigen Pflanzen, die nur weltweit an einer Stelle vorkamen, die dann immer verschwunden sind. Bis Mitte Mai blühen die Münchner Goldhahnenfüße im Stadtgebiet. So lange kann man sie noch suchen. Die Butterblumen noch bis September. Nein, jetzt hören Siehay. Die Küche war nach permite. Nein, nein, ja. Wenn ich eingeblommet, dass wir die blau-Jahre werden, die wir in der Welt ändern, haben sieık nicht in derругrymente Ahnung. Untertitelung des ZDF, 2020